Sie suchen noch ein ausgefallenes Geschenk für einen Geburtstag oder eine Gelegung? Wie wäre es mit einer Rede, die das Schaffen und das Lebenswerk des Jubiläars ins rechte Licht drückt? Wir sind dazu prädestiniert, solche Reden nicht nur zu schreiben, sondern solche Reden auch zu halten. Gemeinsam mit unseren Auftraggebern formulieren wir den Text vorab und wir kommen dann als Redner zu der Veranstaltung völlig gleich, ob im großen oder im kleinen Rahmen. Wir bringen die erforderliche Technik mit und geben mit unserer Rede Ihrer Feier einen würdevollen, wunderschönen Rahmen.